Musik Moin Moin und willkommen zurück zum elften Spieltag mit dem Estau-Sandhausen. Heute das Heimspiel gegen Eintracht-Braunschweig am Freitagabend, nachdem wir unter der Woche im DFB-Pokal zuhause nur knapp gegen die TSG Hoffenheim. Bombe gibt uns ja unterlagen, das Tor viel zu spät, muss man so ganz ehrlich sagen, aber ansonsten war die Hoffenheimer schon eine Spur besser. Wie in Weiß, die Eintracht im Auswärtsblau. Damit gehen wir dann gleich rein. Wie wenn das jemand umstellt, denn das 5-3-2 hat mir gegen die TSG eigentlich sehr gut gefallen, weshalb wir das heute nochmal ausprobieren werden. Mit der Anweisung langer Ball, mit der Anweisung, dass die Außenverteidiger stets überlaufen sollen, also der Offensiv werden. Wooten ist nicht ganz fit, deswegen Höhler für Vargas. Kosecki, Vimagoton, Winsmeyer, Pacharada, Vollmann, Neltschern, Kudowicz, Wolf, Höhler. Neltschern, Kudowicz, Wolf, Höhler. Neltschern, Neltschern, muss so rein, denn Knipping muss jedenfalls erstmal spielen. Jetzt kommt er auf die Bank und damit gehen wir rein in die Party. Die werden nochmal die taktischen Änderungen schnell mitnehmen. und dann gehen wir rein gegen die Einsracht. München empfängt Nürnberg und damit würde ich sagen gehen wir rein gegen die Eintracht. Es geht rein in dieser Party gegen die Einsracht. In dieser Party. Und da wächst. gehen wir rein hier an Hartwald gegen Braunschweig zum 11. Spieltag. Die Eintracht selbst steht besser da als wir. Also mit einem Sieg können wir an der Eintracht vorbeiziehen. Und das ist das Ziel mit dem heutigen Heimsieg zu Hause gegen die Eintracht. Wir schauen da gleich mal auf die Aufstellung der Eintracht. Wenn sie uns dann mal hoffentlich jetzt wahnsinnig angezeigt werden würde. Hannes Wolf ist im Fokus. Den man im Sommer vielleicht holen könnte, wenn es ihm hier gefällt. Dann sehen wir erstmal die Aufstellung von uns. Und keiner im Tor. Dann Klingmann, Gordon, Kiste, Knipping und Packerada in der Fünferkette. Dann sind dann Vollmond-Edgern und Jalzin und dann Güler und Wolf im Sturm. Bei Wooten eine Pause geführt hat die er natürlich bekommt. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal dann hier auch schon in der Eintracht. Da steht auch einer im Fokus. Ist das jetzt nur mit dem Wähler oder wer soll das da sein? Wir sind schon toll. Und dann gehen wir rein. Auf geht's. Wir stoßen an gegen die Eintracht. Jalzin, Wolf, Jalzin, Wolf, Vollmann, Packerada, Ball, der Verlust. Ja, Nantes. Bis dazwischen. Wosu Aje, Moll. Matuschik, Wosu Aje. Geht vorbei. Ja, Nantes. Matuschik, die Flanke ist gut. Abdullahi. 1-0 Braunschweig, fünfte Minute. Was ist denn hier schon wieder los? Die Eintracht geht in Führung und der SV Sandhausen erneut im Hintertreffen. Mit Jalzin. Mit Klingmann. Mit dem Ballverlust. Dann Jalzin. Abdullahi. Reichel. Die ist erklärt zum Einwurf. Reichel. Hochschalt. Mit dem Ball. Abdullahi. Die Klingmann dazwischen gewinnt den Ball und jetzt könnte es schnell gehen. Überhöhler. 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 Reichel dazu. Die Eintracht hat er noch verletzt. In diesem Zeug. Kommt klein faul. Wir fiffeln. Der Schiri unterbricht die Partie auch nicht. Und warum man das nicht tut, ist mir ein Flankeknipp entklärt per Kopf. Wichtig. Die Flanke. Und der Ball ins Aus. Entklärt. Einwurf. Fernandez. Matuschek. Gut dazwischen. Wollmann. Wollmann? Woll. Kann sich nicht durchsetzen. Hochschalt. gerade kommt nicht durch knaller im spielaufbau klingmann als sie angeschlagen noch mal durch hülle abgefälscht wir sind auch jetzt immer ein guter mit der wiederum mit die hülle wieder bekommt aber klingmann bleibt dabei macht mit wichtig wartet auf eine unterstützung bekommt sie aber nicht mehr sie haben will und reise klärt zum einwurf von 20 minuten rum klingmann es ist zu einfach der ballverlust wechsel der eintracht überhaupt wo so ein idee der versucht jetzt den ball rauszutreiben wolf und der druck gesetzt wichtig hüller bekommt das voll die tippen aber gibt freistoß für die seite häuser nach stammensatz war nicht wirklich was gescheites mit dabei parker radars flanke die möglichkeit und so weiter die man einfach immer nicht an kopfball kommen und dann dabei brauchen wir auch sie hochzeit übermol aber nippen ist da und spielaufbau mit kiste die als sie mit klingmann der viele regeln nach vorne machen soll der chipball auf die als sie der ist gut die als sie und der doch zur flanke und kann doch nicht durchsetzen war froh wieder mit dem ball auf ken reichel unter druck gesetzt aber bleibt da klingmann in der er bekommt den ball das ist deutschland das ist wolf der nicht gut genug arbeitet wolf schiebt drauf gegen hofuso ayer dann feisic abgelegt korea nach außen auf reichel der für matuschek der wieder für reichel klingmann muss jetzt zurück arbeiten macht das moll auf abdullahi halbe stunde rum hoch schneidt ins zentrum schön wird jetzt nicht viel zu einfach durch der ball nach außen auf uhr hier lässt pakarada stehen ja nandes das ist zu einfach wie er sich damit in der körperdeutschen dran vorbeischlingeln kann einwurf braunschweig nach 33 minuten ja einwurf kommt Schönfeld da sind wir erstmal dazwischen pakarada aber das ist schon wieder der schlechte ball kistverklärt da mit höhler der kann die ball nicht verarbeiten moll der lange ball nach außen findet nur das seitenhaus gibt einwurf für den svs in dieser phase der party klingmann ölchan und das ist vollmann der über den vf fluss gegrätscht das ist zu einfach weil man dann wichtig gegen abdullahi zunächst aber nicht wirklich zielführend auch nicht als schien jetzt dazwischen vollmann der gute ball aber ja ich bin auch wieder zu lange in der ballverarbeitung hat schick das vollmann 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 abgefälscht nochmal zurückgelegt kiste gleich weiter mit klingmann der mit klingmann der will klingmann wieder anspielen klingen man kommt auch einfach nicht vorbei über die äußendeute höhler beim einwurf mit klingmann klingmannsflanke abgefälscht keine gefahr abgeblockt hochschalt ja wie das Gordon Hüller Klinkmann und Alshin kommt den Schipball nicht ganz an Dundahi auf Schönfeld Eichel und dann ist hier Pause und dann ist hier Pause und dann ist hier mit den Eintritts gegen Lüttemberg zur Pause wir liegen erneut mit 1-0 zurück Jalchin ist angeschlagen Jansen kommt da für Jalchin in der Verletzte in die Party und dann werden wir mal schauen ob es im zweiten Durchgang vielleicht etwas besser läuft gegen Braunschweig auf geht's Korea flacher Ball mit in Andes Reiche für die Eintracht gut dazwischen Hüller starker Ball in Richtung Hannes Wolf aber der kommt nicht ganz dran der kämpft der kämpfte wichtig Mato Schick Schönfeld Hochscheid Abdullahi Reiche Willkommen dazwischen Wolf Hüller wird gefault wir kommt das heute nicht gefällt boah gott julius jäger los wird schon Klingmann Hüller Vollmann der gerade kann ich nicht durch jetzt gegen hofuso je weil ja die Eintracht das ist das was bei der Eintracht viel besser klappt Jernandes knipping Claire zum Eckball Eckball kommt gefährlich aber Reiche Knallers langer Ball aber voll ist dazwischen Mato Schick und dazwischen Reiche noch mal abgelegt das ist Mato Schick hat viel zu viel Platz Hochscheid hat auch zu viel Platz Vollmann schlechter Ball in den Fuß von Schönfeld was ist denn da los knaller pariert weil die Eintracht viel zu viel Platz hat Eckball 60. Minute Hülle die Ball nicht geklärt und Hochscheid abdullahi Mato Schick knaller wir kriegen den Ball nicht dazwischen vollmann Hülle hochschneid dann gibt es das foule gegen Jansen gefiffen Hülle Langer langer Ball langer Ball langer Ball langer Ball langer Ball bis die kürzelt und dann brauchen wir zu lange das ist wieder keine foule Gister, Ölchan, Wolf, Vollmann, auf Ölchan, auf Jansen, Klingmann, Jansen, gut gemacht, gut drumherum, die Ablage, nein, Fuso aje, werden sich da den Ball einfach klären, weil Ölchan, den Ball nicht verarbeiten, kein Ball abgefälscht, Wolf, Ölchan, 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 abgeblockt, und es gibt den Eckball, hoffe ich, oder, kein Reichel dazwischen, puh, das wird mit 2000 doch ein etwas schwieriges Projekt, als ich es im Kopf hatte, aber okay, wir müssen nochmal wechseln, Lukasche kommt für Ölchan, aber noch ein Wechsel, dann würde ich ganz gerne nochmal irgendwie, nochmal was tun, aber wir haben glaub ich nicht mehr die Leute, Rosbach könnte man nochmal bringen für Paccarada, auf der Linksverteidigung, um hier nochmal frische Leute zubringen, Doppelwechsel, wir sind schon in der 8. und 7. Eckball, von Lukasche, geht nicht schlecht, das ist Rosbach, die Flanke rutscht immer völlig über den Spann, das ist dann natürlich bitter an so einer Phase, wir müssen jetzt hier auf offensiv stehen, viertel Stunde noch, Hannes Wolf, so guter, also ist ja auch Ballettfleiter, Klärungsversuch dazwischen, aber da ist dann keiner zum Nachrutschen, der Weißen aus Sandhausen, dann ist das in Eintracht über, langer Ball, wir sind dazwischen, das ist auch abseits, der das Tagepfiff mit Gordon jetzt, kurzer Freistoß mit Klingmann, Klingmann mit, Jansen, der mit, Wolf, der wiederum mit, Vollmann, der über die Seite, Vollmann braucht aber Hilfe, bekommt sie nicht, und läuft ihn einfach ab, als wäre Vollmann, gar nix, dazwischen, jetzt, kriegen wir auch keinen langen Ball, und dann setzt sich auch einfach durch, Kugbela setzt sich einfach vorbei, Kugbela, Flanke, das ist Knaller, der da die Parade zeigt, 90 Sekunden-Eckballhochschalt, Lukasik, Lukasik, nein, geklärt gibt sogar ein buch für raunschweig wir kommen auch nicht in die zweikämpfe nächster vollmann nicht geklärt schönfeld flanke jansen dann ist nämlich schluss und braunschweig gewinnt mit 1 zu 0 in sandhausen damit bleibt es für uns tatsächlich bitter es gibt aber sonst auch keine highlights in dieser partie bis auf das tor wir verlieren mit 10 nürnberg gewinnt mit 21 in 18 60 und an dieser stelle gehen wir noch einen tag voran und damit ins training wenn das noch mal bearbeiten bei wolf den ich jetzt noch mal auf die 70 steigern will ja was ich was jetzt gelingt krause gewinnt war gas packer radar und jansen der ist da spiel mit neun punkten bleiben wir tabellen vorletzter das ist bitter und wir gehen noch mal ins scouting netzwerk und wir werden mal scouten in österreich also in die schweiz oder wir werden mal nach österreich oder ja wenn man auch österreich gehen und damit gehen wir noch mal in die nachrichten mal ist fertig auch fertig der bericht wer ist verletzt fünf tage fällt als schien aus guten bedankt sich und an dieser stelle ich sage beendet den part sagt danke fürs zuschauen auch wenn er mal wieder nicht gewonnen haben leider und dann sehen wir uns im nächsten part zum zwölften spieltag in dieser saison bleibt gesund haut rein und ciao